Siddhasana, Yoga-Mudrasana, ist die Yoga-Mudra-Stellung aus der Stellung des Vollkommenen. Nimm Siddhasana ein, sitze also auf einer Ferse oder gib die Ferse ans Perineum, gib die andere Ferse ans Schambein. Dann kannst du eine Hand zwischen Ferse und Bauch geben, eine Faust dabei machen und die andere Hand daneben setzen. Du hast also zwei Fäuste und dann beuge dich nach vorne und zwar so, dass über die Faust ein gewisser Druck im Bauch aufgebaut wird. Eine zweite Variation aus von Siddhasana in Yoga-Mudrasana oder auch Yoga-Mudrasana in Siddhasana ist, du faltest die Hände hinter dem Gesäß oder hinter dem Kreuzbein. Entweder lässt du die Arme einfach entspannt oder hebst die Arme nach oben hoch.